dann 321 go hallo herzlich willkommen zurück bei einer neuen folge von let's play together und meine stimme wird immer höher und wir spielen dann wieder kreativist. Entschuldigung, hallo Leute. Also ich werde das bei mir ein bisschen runterpekeln, ich weiß nicht wie du das warst. Definitiv, ja. Ich sehe gerade in meiner Tonspur nur rot. Aber rot ist schön. Da war gerade ein fliegendes Schwein, oder? Ist ja gerade ein Schwein von unten nach oben durchgeflogen. Ich habe es nicht gesehen. Also wir haben hier den Teerwerk gemacht, das war eben auch dieses schöne Muster jetzt hier und wie durch Zauberhand zwischen den beiden Aufnahmen ist dieser Extraktor hier fertig geworden und hat uns mal M12 Obsidianor gegeben, was eigentlich ziemlich nice ist. Das ist ja der helle Wahnsinn. Unbelievable. Oh warte, ich war im Telescoping-Modus. Entschuldigung. Irgendwas war hier falsch. So, hier unten waren auch noch Extraktoren, die ich da irgendwo mal liegen geballert habe. Ich guck mal, wie bei diesen. Ich komme nicht durch. Ja, ich weiß nicht, ob die noch da sind. Kann sein, dass das die sind, die ich eben abgefarmt habe in der letzten Folge. Wieso zum Teufel kannst du meine abfarmen? Ich deine aber nicht. Admin-Rechte. Hast du die freigeben, würdest du das eventuell tun? Admin-Rechte. Ich weiß nicht, wenn ich das freigeben gebe ich das dann nur für einen frei oder für alle. Ich dachte aber echt, dass du meinen auch abfahren könntest. Bisschenweise. Nein, nein, nein. Kann ich nicht. Ich stelle nochmal so 21 Obsidian-Barren her. Natürlich kann ich 27, aber das geht grad nicht, weil es voll ist. Ich bin voll, ja. Während der Aufnahme? Nicht? Doch. Ja, aber ich sehe das Problem gerade irgendwie nicht. Entschuldigung. Mach ruhig. Äh, wir sind beide voll. Aber der Groot ist nur voll, weil er wieder zu viel Guinness getrunken hat. Bäh. Ja, genau. Anversuch wert. Ja. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr mit dir reden. Okay, ich klaue deine Steine. Jetzt haben wir gar keine fertig. Ja, hab ich auch rausgenommen. Hallo. Hallo. Ich hab noch nicht mehr mitgekommen. Deshalb sage ich es dir. Geschickter Dieb. Geschickter Dieb. Ich krieg den Dieb. Ähm. Wohlfills. Moment, wir können noch hier so was herstellen. Ich baue mal die Kohle mit den normalen Extraktoren ab und verwarme mir den Advanced Extractor, den ich noch habe. Ich fühle mir ein bisschen Obsidian, wobei ich grad nicht weiß, ob ich hier noch irgendwo... Ich würde mir ja gerne auch noch ein paar Extraktoren bauen, aber mir fehlen irgendwie Steine. Ähm. Ich hab hier was. Also nicht Steine, sondern fühle mich wie im Zoo. Guck mal her. Ja. Wo bist du denn? Unter dir. Ja, genau. Ja, ist der richtige Weg. Ah, darum. Ja, genau. Ja, guck mal, ich hab hier was. Was? Wo? Was? Okay. Ja, ich glaub da ist ein Block nicht, da kann das sein. Hm. Da ist ein... Nice? Ja, da ist glaube ich nämlich... Ah, da ist Thea, genau, ja. Oh, ich bin tot. Äh, ich geh mal hier weg. Au! Ganz ehrlich, der kriegt aufs Maul jetzt. Der taucht immer ab, wenn ich den schlagen will. Wieso bin ich tot? Weil du mal wieder keine Pilze gefressen hast, wie immer. Ja, genau. Ah, immer diese Leute, die keine Drogen nehmen. Ja, genau die. Hallo Kinder! Wie war das? Äh, mit... Äh, egal. Nein. Hm? Lp ab 18? Ja, ja. Ich hab grad gar nicht zugehört. Wie cool, ich hab die Sachen aus deiner Ohne nehmen. Theoretisch. Ich hasse dich. Theoretisch. Du hast dein Rezept noch gar nicht eingelöst, sehe ich gerade. Geh mal zur Apotheke. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie auf mich bloß nicht. Besser nicht. Wo ist die Hülle denn jetzt? Was, 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 was? Äh, wo kommt der denn jetzt her? Der ist jetzt außen rumgegangen, der Miro. Er ist wieder da. Und ich sehe einen Scheiß. Fahr doch gleich garantiert irgendwo runter. Oder sterbe aus anderen Gründen. Ja, ich... würde dir helfen, aber nein. Äh, guck doch auf der Karte, wo ich bin. Äh, die ist da in der Nähe. Komischerweise, warte. Ich möchte erstmal, ich nehme jetzt hier meinen Teleporter mit. Lass mich raus hier. Okay, dann bleibt ein Haus. Ich hab grad ein Tier in unserem Haus eingesperrt. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut heißen kann. Oh, äh, da hinten... Was? Ich weiß noch nicht, ob ich das gut heißen kann, aber ich ruf mal Peter an, was der davon hält. Ja, äh, Peter ist damit einverstanden, weil das hat es da warm und äh... sicher und alles so. Da willst du was wissen. Kennst du Peter? Ja. Ein Freund oder mein Freund? Ja, ist ja okay. Also, let's play up jetzt nur noch auf meinem Kanal. Das ist mal so besitzergreifend. Ja, aber gar nicht nachtragend. Arschloch. Das bin ich gerade Arschloch genannt. Arschloch. Achso, ich sollte vielleicht in die Höhle rein. Achso, ja, also kommt drauf an, was du vorhast, aber grundsätzlich ist das... Ein Strahl leuchtet aus dem Boden raus und ich wollte aber... Ne, es leuchtet... Hä? Schön. Mein Strahl leuchtet durch unseren Prozessor durch. Genau getroffen. Schön. Ich bin an der richtigen Stelle gestorben. Schalt's auf dich, du sollst häufiger sterben. Mhm. Kreativ versus sterben. In der Tat, in der Tat. Aber nochmal an der Decke hier unten, über dem anderen Teerfeld, das hinter dem gestopften Teerfeld ist, da habe ich nochmal einen Extraktorradar abge... äh, angebracht, hier über mir quasi. Daneben hast du eine 20 Extraktor, dann kannst du da auch noch einen anbringen. Denn hier ist halt ein Obsidian im Vorkommen. Ne, ich hab nur normale. Okay. Dann geh ich mal hoch, wir hatten ja im Ofen eben, bevor du gestorben bist, noch ein paar... Äh, waren... Hast du mit erwähnt, dass ich gestorben bin? Das hält mir nach. Hör auf. Danke. Weißt du noch damals? Wann? 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 Wann ich nicht gestorben bin, weißt du? Ja, ja, vor deinem Tod quasi. Mhm. Ich leg sie dann hier raus. Ich hätte mal, äh, einen Teleporter hierhin. So. Also meinen Teleporter hierhin. Ich dachte, du wolltest jetzt einfach wieder abhauen, weil ich einfach zu arschig bin. Ich mein, ich könnte es verstehen. Vielleicht komm ich später mal wieder. Stopp. Vielleicht auch lebendig. Ja, komm. So. Ähm. Ja? Ich wollte hier auch mal irgendwo einen Extraktor platzieren. Wer macht das doch? Das ist aber nichts. Das kann ich nicht mehr machen. Uah. Jetzt wieder gemacht. Nichts. Nichts. Alles explodiert. Geht sich gar nichts an. Ich glaub, dass diese Höhle mehr Potenzial hat, als wir wollen. Also ich glaub, wir können da tiefer vordringen, als wir wollen, weil irgendwann gibt's halt nur noch außen. Stimmt. Ich hab hier schon wieder ein paar Freunde gefunden. Sehr schön. Also sie mich noch nicht, aber ich sie schon. Besser als umgekehrt. Sonst wirst du nämlich gleich wieder tot. Danke. So schön daran erinnerst. Ja, wir hatten ja eigentlich letztes Mal auch schon in der verlorenen Folge, ich erwähne das nur nochmal. Äh, Entschuldigung. Ich hab echt ein Talent dafür in Wunden rumzustochen heute. Äh. Ne, also in der verlorenen Folge hatten wir eigentlich auch schon festgelegt, dass wir eine Villa bauen wollten. Nur aus deinen Uhren. Und noch so ne kleine Hundehütte aus meinen Uhren. Weil ich den klar... Ja, aus diesem Wund habe ich meine letzte Urne verbuddelt. Also ich hab, aus dem Wund hast du die Folge gelöscht. Auch. Ja. Es war... Okay, ich geb's zu, es war mir einfach viel zu feinlich. Äh, das hätt ich jetzt eher wegen den Tangas vermutet, aber... Oh ne, das ist mir nicht falsch. Wundert mich jetzt irgendwie aber auch nicht. Das Problem der Zuschauer, ich mein's. Kann ich meine Urne im Teer versenken? Ich möchte meine Urne im Teer versenken. Ich möchte meine Urne im Teer versenken. Ja, aber dafür müssen wir... Also da muss das Eisen sein. Das ist die Stufe nach Obsidian. Also das dauert, glaub ich, noch ein bisschen. Okay. Können wir dann Straßen damit bauen? Ähm, ich hab... Ich hab keine Ahnung. Wenn wir's abbauen, wird das wahrscheinlich sagen, was wir damit machen können. Ich weiß es grad tatsächlich nicht. Hm... Ich habe vier... Jetzt gehen wir nochmal noch über ein paar Fackeln hin. Mach das. Was... Bist du mit den Fackeln eigentlich umgestiegen inzwischen auf Kohle? Die machen nämlich ein bisschen mehr Licht. Nein. Könntest du mal machen. Ich glaub Kohle haben wir jetzt erstmal... Ich bin Minimalist. Ja, aber dann sehen wir auch minimal. Ja. Stimmungsvolles Licht nennt man das. Ambiente. Ich wär fast hier runtergelatscht. Fällt mir grad auf. Mach doch mal. Ich möchte dich auch mal sterben sehen. Ich glaub mir, das wird wahrscheinlich wirklich noch ein paar Mal vorkommen. Schon ein bisschen makaber, oder? Ich möchte dich sterben sehen. Ja, ich mein, wir kennen uns jetzt immerhin seit drei Tagen. Ich bin zu langsam. Können wir auch mal anfangen uns gegenseitig den Tod zu wünschen, oder? Ja, okay. Schön unvertod. Schön tot. Schön tot. Ähm... Du machst gerade Obsidianen im Prozessor, ja? Also diese Obsidian Slabs. Ja, da sind ein paar werden noch hergestellt. Ich hab aber auch drei Extraktoren noch dabei von den Advanced. Ich überleg noch, ob ich die jetzt auch an Kohle anbringen soll, oder will ich nur an Obsidian, weil Kohle bekommen wir dann halt auch zwölf Stück aus einem Strom. Aber es kostet uns halt auch anderthalb Obsidian-Erz quasi umgerechnet, ne? Weil... Also ich mach auf jeden Fall keine Obsidian Slabs, denn meine Extraktoren, die Obsidian abgebaut haben, sind ja leer. Ja. Hm. Nächster Partie war immer so viel Obsidian-Erz, ich dachte, dass bei dir eine Kohle gewesen wäre. Ja, das ist ja klar. Ja, ich hab einen anderen Ausgang gefunden. Ähm... Okay. Du bist du den lang? Boah! Bist du runtergefallen? Ja. Hast du es doch mal gesagt? Ich hab mir da angegriffen. Ich komm aber nicht an mich ran, Gott sei Dank. Ich hab aber... Aber ich hab voll zu kein Buch bauen. Äh, ja, mach das. Ich guck mal, ob ich Granaten hab, um dir zu helfen. Also ich hab keine Granaten, wo ich welche bauen kann. Äh... Äh... Oh, ich komm nicht weiter. Ah, ich hab keinen Schießpulver. Äh... Verdammt! Wie komm ich denn? Also die Decke abbauen. Äh... Ach ja. Pfff... Was macht der da schon wieder? So weit hab ich dann jetzt doch nicht gedacht. Ja, das Spiel ist natürlich auch nur ab einem IQ von, naja, ich sag mal so... 10. Ja, dann... Ich bin total überfordert. Ich merke das. Ich bin wieder da. Äh... Yay! Ich bin nämlich nicht der Schlauste. Ne, das war gruselig. Danke dafür. Ja, gerne. Immer wieder. Wart ab, bis wir uns ein bisschen näher können. Dann wird's richtig gruselig. Ja, schade eigentlich, dass von Creativeverse nur 5 Folgen rauskommen. Wie? Ja. Nein. Nicht? Wow! Miru! Ich hab den vor allem gesehen, dann aber auf die Aufnahme guckt und dadurch wieder vergessen. Moment, ich lauf mal eben vor dem weg, ich hab nämlich einen Fehler gemacht. Wenn ich mir ein neues Schwert crafte, sollte ich ihn vielleicht noch mit dem neuen Schwert angreifen. Aber das Obsidian Schwert macht ganz schön damage bei dem Miro. Warum hast du das jetzt schon? Ich würd auch mal was. Sons Obsidian. Ich hab noch einen Knochen, dann kann ich das selber machen. Ich hab nämlich 5 Augen. Ja, ich tötte jetzt für dich noch einen Miro. Dann mach ich den Schwert. Okay. Dann kann ich mir einfach... Moment, ich kann es mir eben ein Bett bauen, dann lege ich mich einfach nur hin und du machst alles. Ja, das Bett kannst du dir vielleicht noch eben selber bauen. Also ich meine nur, kein hypothetisch, du könntest. Nein. Das ist nicht gewissweise, ob du könntest. Äh, echt? Kann ich? Kann ich mir jetzt bauen? Kann ich mir jetzt bauen? Kann ich mir jetzt bauen? Warte. Also ich behaupte, dass du es kannst, ich weiß es nicht, aber ich konnte es jedenfalls schon ungefähr als unsere Matschette stand. Ja, wenn ich jetzt noch Stroh hätte, was du mir im Übrigen auch eben geklaut hast. Ja, das war Absicht. Du möchtest nicht, dass ich mir irgendwas bauen würde, oder? Nein, du kannst das Stroh aber gerne wieder haben. Nein, jetzt würde ich auch nicht mehr. Es ist hier im Teer. Du benutzt mein Stroh, um den Teer aufzufüllen? Ja. Ich wollte erst Stroh rum raus machen, aber dann doch entschieden lieber Teer wegzumachen. Sehr witzig. Das nennt mich auch. Wo ist es denn? Im Teer. Achso, in dem zweiten Teerfeld hätte ich vielleicht dazusagen sollen. Sorry. Ja. Hab's gebunden. Den hast du. Äh, ich ersetze es jetzt einfach. Achso, ich wollte ihm ein Obsidien-Schwert geben, ne? Ich hab keine Ahnung. Wir müssen da denken, bis Folge 10 wolltest du ein Haus haben, ne? Ja. Das war's vergessen. Wollte ich. Ja. Sein Handy hat geklingelt. Ja, das war mein Wecker. Ich muss jetzt die Pille nehmen. Hm? Okay. Lassen wir mal so stehen. Ne, äh. Möchtest du deinen Avatar noch ändern? In ein Weibchen? Ich weiß gar nicht, ob das geht. Doch, geht, ne? Ja, das geht bestimmt. Au, ich kann jetzt Schweine mit drei Schlägen töten. Ist auch etwas, auf das man es erstmal schaffen muss, stolz zu sein, glaub ich. Wie war das eben mit dem Schwert ausrüsten, was man hat? Das sollte ich vielleicht auch tun. Ja, ja, genau. Das war mein Fehler jemals, den Miroangriff. Aber das macht schön viel Schaden, wenn man es dann endlich tut. Okay. Also lass es uns tun. Nicht, solange du keinen weiblichen Avatar hast. Ist ein Deal. Und in der nächsten Folge sehen sie, nein, sehen sie nicht. Bitte nicht. Ähm. Ja, Muscheln. Uh, lecker. Ups. Wusstet ihr euch, dass man Schweine schubsen kann? Ich kenne Kühe schubsen. Aber Schweine schubsen ist mir neu. Ja, hier im Spiel kannst du Schweine schubsen. Okay. Wenn sie quasi einfach mit einem Handschuh steckt, als wäre es ein Schwert. Also wenn ich versuche ein Schwein einzusaugen. Ja. Ja. Das passt zu den Bäumen wie in der Luft schweben. Genau. Das ist eines der besten Features letztendlich des Spiels. So ist das eigentlich auf der Grund, warum wir das Spiel spielen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, das hätte ich dir schon vorher sagen sollen. Gut. Ich sollte dringend auch mehr zu labern. Ich wäre dir sehr dankbar. Ab jetzt schweigen die Stille. Okay. So, ich wollte mir gerade erstmal alles freischalten. Also Rüstung komplett aus Leder machen. Bitte was? Was? Ja. Danke. Ja, alles aus Leder-Craften an Rüstung, damit ich danach die entsprechende Obsidian-Version craften kann. Ich brauche aber noch die Legends und dafür brauche ich einen Rockstar-Rock und dafür muss ich hier einen von den Kollegen töten. Ich habe mir gerade Arme gekrabt. Du hast jetzt endlich auch mal Arme, ja? Ich auch Arme, ja. Ich bin sonst nur als Tor so durch die Gegend gehüpft. Beide habe ich jetzt auch. Warte. Ich will gar nicht wissen, wie du gesaugt hast, wenn du nur ein Tor so warst. Ich habe einen magischen Lippenstift. Achso, einen Kopf warst du auch, ja? Nicht nur in Tor so. Einen Kopf hatte ich, ja. Einen Kopf hatte ich. Schön. Ich habe schon wieder drei Höhlen gefunden übrigens. Ich komme mal wieder zurück. Der Mist ist, ich weiß nicht mehr, wo der Eingang zu der Höhle ist, ne? Der Mist ist, ich bin gerade total verwirrt und weiß nicht, was ich tue. Also wie immer. Ja, aber ich weiß nicht, wo der Eingang zur Höhle ist. Das ist etwas abnormaler als das, was du gesagt hast. Ich brauche Leder. Leder? Leder. Lack und Leder. Brauche ich. Ich brauche einen Eingang zur Höhle. Mist, ey. Ich brauche den Ausgang von der Höhle, da. Du hast den Ausgang gefunden? Ich habe den Ausgang gefunden, ja. Nice. Ah, hallo. Dann nehme ich das als Eingang. Ja. Gerne, bediene dich. Oh, da hinten sind Schweine. Ich gehe die Schweine schlafen. Ja, einen Teil habe ich schon. Ich habe schon ein bisschen die Fauna ausgerottet, aber nicht. Dann kannst du mal Peter anrufen. Ich werde jetzt Schweine schlafen. Hallo Peter. Ja, moin. Oh, das Schwert ist aber nice. Das klingt ganz gut aus dem Maul, ne? Ja, so. Hatten wir nicht erwähnt, dass sich Schwerter und auch die Mining Cells und Rüstungen abnutzen mit der Zeit, also je nachdem mit Benutzung? So ist der grüne Balken darunter? Ja. Das ist der grüne Balken, ganz genau. Okay. Also meine Rüstung, also meine Brustrüstung ist dann schon halb im Arsch. Halb tot. Ja. Nicht so gut, aber wir haben ja jetzt Obsidianen. Ich mag nicht tot, ich mag dieses Wort nicht. Das stimmt ja. Wenn ich jetzt gleich wieder sterbe, ist es deine Schuld. Ja, natürlich. Wenn nicht, ist es auch mein... Ne, Moment. Wenn du überlebst, ist es natürlich alles dein Verdienst. Das weiß ich. Ja, natürlich. Sehst du denn? Ja. Ach, voll cool. Es gibt so Mini-Krabben, ne? Fallschaden. Okay. Also alles wie immer. Es gibt so Mini-Krabben, die droppen dann keinen Rockstar Rocks, sondern Pebbles Pebble. Okay. Und die kannst du aber dann im Ofen tatsächlich zu Rockstar Rocks schmelzen, aus irgendeinem Grund. Ja. Ich finde die Namen ja schon klasse, ne? Ja gut, Rockstar Rocks macht Sinn. Dann dachten die sich so, ne, dann nennen wir die kleinen Steine, also die kleinen Rocks halt eben Pebble, ne, wie halt Kiesel und so. Ich glaub Kiesel war das ja, ne? Dann heißt's glaub ich Kiesel. Ja. Und wenn wir Rockstar Rocks haben, dann haben wir natürlich Pebbles Pebble. Ne, komm. Ne, komm. Ne, komm. Ich brauch schon wieder mehr Augen. Du hast doch zwei. Ja. Wie viel wird das sehr komisch aus, wenn du mehr hättest. Kommt dran, wo? Ähm. Hm? Ich hatte gerade einen Spruch mit einer einäugigen Schlange, aber das lass ich jetzt mal lieber. Ja, ist vielleicht besser. Besser. Äh, sollen wir an der Stelle dann vielleicht nochmal einen Cut machen, die Folge beenden? Das ist eine gute Idee. Dann haben wir das, sollen wir uns hier auf unser Alters Teerfeld stellen oder hier, komm ich ständig auf dein Heu. Ich hoffe das ist schön. Einfach um der alten Zeiten Möllen. Wir verabschieden uns hier, es war uns eine Ehre, dass ihr zugeschaut habt. Ja, einfach bis zum nächsten Mal. Schalte wieder rein. Äh, gut. Mit den Jules. Wir wen hier hauen. Trinkt gut. Hat rein Leute. Ciao. Tschüss. rolling.